Liebe Zuschauer, schön, dass Sie heute im EA Cup mit dabei sind. Es könnte eine richtig gute Partie werden, Wolf. Die Fans geben schon mal vorher richtig Gas. Es geht ans achte Finale. Wie schätzt du die Chancen der Teams ein, Buschi? Ausgeglichen trifft es, denke ich. Beide Mannschaften haben die Chance auf die nächste Runde. Wichtig wird sein, gut in die Partie reinzukommen. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Heute treten sie hier im 4-5-1 an. Da zieht er ab. Tor! Ganz stark gemacht! Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.